ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir ich zeige das spiel bless unleash und ja ich bin wieder jetzt mit facecam start nach lange zeit und leute unserer stadt oder dorf wurde angegriffen wir mussten fliehen und ja leute gibt es einfach bei den nächsten quest ein neuer anfangen sprich mit marco sprich mit giovanni wo es da ist gerade die away So Oh, warte Da stand noch irgendwas unten Ah, doch nicht Okay Wieder mit Marco Nothing comes easy in this world Oh, Schülerstiefel Äh, wie kann ich ausrüsten? Tasche Schuhe Danke Neues Neues Sneaker Ah, das sieht so gut aus Sammler Heilkraut, um den Verletzten greifen Zu helfen Okay Und noch ein weiteres Wolfsrudel Eliminiere die Wölfe Okay, mach ich mal Nebenbei Hallo Beute Okay Gedrückt halten Nein Oh, Gold Ah, die Sport auch voll schnell Nein Eier Wie schnell spawnen die Bilder Okay Wir machen unsere Hauptquests weiter Heile Diego's greift Mach ich mal Ah, da oben Oh Briefkosten Ah, okay Danke Hallo Hm Hä, ich muss ja Ah, jetzt kann ich Nein Cool So, Marco I can't shake this bad feeling I have Schüler Schulterstücke Äh, Schulter Danke Ah, wo ist Rüdel? Stimmt Muss ich auch noch machen Äh Ah, ja, okay Ist ja auch markiert Bisschen nervig mit dem Ausdauer Aber Ja Ist halt so Nö Nein Okay Okay Hörte David Gürtel der Verbesserung Okay, Dankeschön Oh, ich hab ein bisschen Fangspunkte bekommen Oh, ich hab schon das Spielschluss ab Haha Sammeln Erfahrungspunkte bekomme ich sogar Ah, cool Ehre Ja, der bin ich Ja, ich hab ein Helm Kann man es auch Ja, man kann es auch unsichtbar machen Aber ich lass es mal an Hier hab ich kein Pferd Oh, ich hab kein Pferd Straßen von Katz Akkor Hm Ich kann auch safe irgendwie reiten, oder? Ne Ist das ein Boss? Ja, wie riesig ist der denn? Wolfskönig Mach ich einfach mal mit Ich bin gestern Oh Okay, Erfolg Alles down Ich muss ihn wiederbeleben Okay Wird auch Beute Nice, danke Oh mein Gott Ist cool Ist cool Ist cool Ist cool Oh, das ist eine Truhe Äh Hier ist auch noch eine Truhe Okay Handschuhe Boom Nice Du willst Stress? Du willst Stress? Okay Mach nicht so viel Damage Leider Leute Danke Bisschen Gold sammeln Schade dir auch nicht Banditenhinhalt Okay, nur ein Stück Okay Nur ein Gegner Kein Problem Ich mach Es ist normal Das ist nicht so wenig Damage Mach Ein Stone Ich muss ihm helfen Okay Ich hab hier Ein Boss gesehen Hallo Ich hab doch irgendwo Hier im Boss gesehen Also Da war noch So ein Riesen Lebensbalken Ey Ich wollte nur meinen Loot aufmachen Okay Wenig Damage Krieg jetzt auch nicht Nein, nein Ich will nicht noch mehr kämpfen Oh ne Lass mich Ich kann auch blocken Okay, okay Ich krieg nur ein bisschen Damage Ich muss mich ein Okay Ey Ey Ihr Nerv Däger macht ihr viel Damage So Ich will nur meinen Loot holen Danke Hängel Oh hier ist im bus da ich soll ihn auch einmal schlagen egal ich auch mal weiter oder nicht warte ich habe mich auch noch lieber wieso werde ich jetzt getroffen ja wie viele spiele einfach aktiv sind das ist so cool ich muss ihnen helfen und boom ich muss nahe ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ein handschuh brauche ich nicht ist bestimmt schlechter ja ciao ich mache jetzt weiter mein haupt quest viel glück euch noch fertigkeiten schaue ich gleich nach schwächer nicht genug sp wo ist mein sp ich glaube ich habe wirklich kein pferd boss gegenstände nein kiste nutzen tasche erweiterungs stück ticket nice um eins erhöht hauptsache was ausrüstung brust bam okay ich brauche neue waffen ja okay ich mache echt wenig damage man merkt schon dass man nicht alleine spielen muss man merkt schon dass man nicht allein spielen soll hat die händler so ich habe ihnen question ich drücke einmal auf ich mache ich drücke nur einmal kreis und ich werde direkt rausgeschmissen das gibt's doch nicht das spiel mache ich fertig 30 minuten lang nur das ist nicht kaufen der brauchstgegenstände okay nutzen und mir kann ich jetzt reiten so 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 wäre die wütenden bürger weil nichts da ich bin schon feind geworden naja es geht ja belpas richtig stufenbelohnung das ist nice aufsammeln bitte so 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 leute das machen wir alles in der nächsten part ich hoffe sehr dass euch dieses video gefallen hat wenn ja das gerne abonniere den channel nicht vergessen die glocke zu aktivieren wäre es dann nice und leute have a nice day und ciao bis zum nächsten Mal